Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man ganz einfach die Zahlenkombination bei eurem Koffer im Melkenturista ändern kann. Bei diesem Modell brauchen wir nur was Spitzes. In dem Fall habe ich hier eine Büroklammer gewählt. Achtet natürlich jetzt darauf, dass eure Zahlenkombi soweit schon drin ist, dass ihr euren Koffer entriegeln könnt. Wenn ihr diesen nicht entriegeln könnt, könnt ihr natürlich auch die Zahlenkombi nicht ändern. Bei manchen Koffern kann man das anhand der Verriegelung ändern. Bei unserem Koffer müssen wir die Büroklammer anwenden und diesen kleinen Knopf an der Seite reindrücken. Dann können wir auch die Zahlen verdrehen. Das kann ein bisschen schwergängig gehen. Und dann lösen wir das Ganze. Und so einfach ist es, die Zahlenkombination bei dem Koffer American Tourista zu ändern. Ich hoffe, ich habe euch in diesem Video weitergeholfen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Kanal. Ich wünsche euch jetzt allen einen schönen Urlaub. Bis dahin! Bis dahin!